Damit du dich bei der Spargel-Ernte nicht verletzt oder erkrankst, sind folgende Punkte zu beachten. Nach der Ernte wird der frische Spargel zur Weiterverarbeitung in den Sammelbehältern zum Spargelhof transportiert. Dort wird er gewaschen, sortiert und zum Weiterverkauf gelagert. Beim Waschen und Sortieren des Spargels müssen wasserfeste Handschuhe getragen werden, um die Haut vor Wasser zu schützen. Die Hände sind trocken? Dann erst die Baumwollhandschuhe anziehen. Danach die wasserdichten Handschuhe darüber ziehen. Den Handschuh oben umschlagen. So läuft kein Wasser in den Handschuh. Die fertigen Spargelküsten werden mit einem Hubwagen oder Stapler ins Lager transportiert. Hierbei sind, wie bei allen anderen Tätigkeiten auch, wo die Füße verletzt werden können, Sicherheitsschuhe zu tragen, um die Füße zu schützen. Sollte ein Gabelstapler den Weg versperren, darf das Fahrzeug nicht selbstständig weggefahren werden, auch wenn der Gabelstaplerfahrer gerade nicht in der Nähe ist. Gabelstapler dürfen nur von speziell geprüftem und eingewiesenem Personal bewegt werden. Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen einmal zu einem Unfall oder einer Verletzung kommen, muss sofort der Vorarbeiter informiert werden. Kleinere Verletzungen können mit dem vorhandenen Erste-Hilfe-Kasten versorgt und im Verbandbuch dokumentiert werden. Bei größeren Verletzungen muss ein Rettungswagen gerufen oder ein Durchgangsarzt aufgesucht werden. Wenn du mehr zum Thema Sicherheit und Gesundheit wissen möchtest, schau doch einfach auf www.agri-work-germany.de www.agri-work-germany.de www.agri-work-germany.de